Musik Oh, dein Film ist fertig! Es gibt einen neuen Belehrungsfilm über den Umgang mit Lebensmitteln und Hygiene nach dem Infektionsschutzgesetz. Ob für die verpflichtende Erstbelehrung oder für die alle zwei Jahre gesetzlich vorgeschriebene Folgebelehrung. Der Belehrungsfilm ist abwechslungsreich und geht ganz neue Wege bei der Vermittlung wesentlicher Inhalte. Belehrung kann so einfach sein, das verstehen sogar Erwachsene. Musik